Hallo Freunde, ihr seht euch den YouFact-Kanal an. Nachdem ihr dieses Video gesehen habt, werdet ihr gelernt haben, in einer Minute einzuschlafen. Alles was ihr braucht, ist euch an diesen einfachen Trick zu erinnern, wenn ihr nachts an die Decke schaut oder an eurem Telefon hängt und hofft, so schnell wie möglich einzuschlafen. Und verpasst nicht unsere neuen Videos. Abonniert unseren Kanal und drückt die Glocke. Der erste Weg einzuschlafen ist, etwas Honig zu essen. Liebt ihr es, etwas zu essen, wenn ihr nicht einschlafen könnt? Wir erlauben dies, aber mit einer kleinen Korrektur. Ersetzt den Käse und Schinken auf eurem Weißbrot-Sandwich mit einem Teelöffel Honig. Honig hilft euch nicht nur beim Einschlafen, sondern stellt auch euer Körpergewebe während des Schlafes wieder her. Er ermöglicht einen tieferen und ruhigeren Schlaf. Aber dafür braucht ihr richtigen Honig, also den echten, nicht den mit Zuckerzusatz aus dem Supermarkt. Der zweite ist, ein Kissen unter die Knie zu legen. Wenn ihr euch nachts hin- und herwälzt und nicht sofort eine bequeme Position zum Einschlafen findet, dann erinnert euch an diesen Tipp. Wenn ihr ein Kissen unter die Knie legt, nimmt euer Rücken eine natürliche Position ein und die Spannung im unteren Teil nimmt deutlich ab, wodurch sich eure Muskeln endlich entspannen. Ihr werdet diese Position vielleicht nicht sehr bequem finden, aber bevor ihr darüber nachdenken könnt, werdet ihr in das Reich des Schlafes fallen. Wer gerne auf der Seite schläft, kann ein Kissen zwischen die Beine legen. Diese Position befreit ebenfalls die Wirbelsäule von Spannungen. Nehmt dafür aber kein riesiges Daunenkissen. Ein kleines Kissen ist dafür einfach perfekt. In der Beschreibung unter dem Video hinterlassen wir die Links zu guten Kopfkissenoptionen. Die nächste Methode mit dem geheimnisvollen Namen 478 erfordert keine Ausrüstung und kann überall und jederzeit praktiziert werden, wenn man sich ausruhen muss. Also, hier ist, wie man 478 macht. Legt die Spitze der Zunge auf das Dach eures Mundes, direkt über die Zähne und drückt sie an die oberen Vorderzähne. Haltet die Zunge während der gesamten Übung in dieser Position. Atmet die ganze Luft aus eurer Lunge durch den Mund aus, sodass die Ausatmung laut und pfeifend ist. Atmet jetzt ruhig durch die Nase ein und zählt bis 4. Haltet den Atem an und zählt bis 7. Und dann ein lautes und pfeifendes Ausatmen bis 8 zählen. Danach den gesamten Zyklus 4 mal wiederholen. Wichtig ist, dass das Einatmen ruhig und leise durch die Nase und das Ausatmen laut und pfeifend durch den Mund ist. Aus diesem Grund wird diese Übung von Yogis während ihrer Meditation zur völligen Entspannung des Körpers praktiziert. Jetzt wisst ihr auch, wie ihr Stress und Verspannungen im Körper schnell abbauen könnt. Mit dieser Methode vertiefen wir uns nicht in die chinesische Medizin. Wir erzählen euch nur von drei magischen Punkten, die euch helfen werden, nicht nur schnell einzuschlafen, sondern auch in jeder nervösen Situation, zum Beispiel während einer Prüfung oder vor einem Date Stress abzubauen. Der erste Punkt befindet sich zwischen euren Augenbrauen. Drückt ihn 20 Sekunden lang mit dem Daumen. Lasst ihn dann für einen Moment los und drückt ihn erneut für 20 Sekunden. Um die beruhigende Wirkung zu spüren, sollten drei 20-Sekunden-Ansätze ausreichen. Der zweite Punkt befindet sich am Rand des Handgelenks und der Handfläche entlang der Linie des kleinen Fingers. Drückt diesen Punkt mit dem Daumen eurer anderen Hand und haltet ihn eine Minute lang gedrückt. Der dritte Punkt wird oft als der stärkste Akupunkturpunkt bezeichnet. Er ist in einem Abstand von drei Fingern, also Zeige-, Mittel- und Ringfinger, unter eurem Handgelenk zentriert. Auch hier genügt eine Minute Druck, um die volle Entspannung zu erreichen. Eine süße und kreative Art, schnell einzuschlafen, singt euch ein Lied über einen Traum. Darüber, wie gerne ihr einschlafen möchtet und wie cool er ist. Wir versichern euch, dass ihr am Ende des Songs einschlafen werdet. Ein einfacher, aber effektiver Weg? Eine Schlafmaske, die jeder gesehen hat, wenn nicht im Alltag, so doch zumindest im Film. Und wenn ihr zu der völligen Dunkelheit noch die absolute Stille mithilfe von Ohrstöpseln hinzufügen könnt, werdet ihr sicher in einen Tiefschlaf fallen. In der Beschreibung unter dem Video hinterlassen wir die Links zu lustigen Schlafmaskenoptionen. Selbst wenn ihr bequem im Bett liegt, ist es schwer zu bemerken, dass einige unserer Muskeln immer noch angespannt sind. Aber die Geschwindigkeit des Einschlafens steht in direktem Zusammenhang mit der Entspannung aller Muskeln und dem Körper als Ganzes. Daher gibt es eine bemerkenswerte Übung, die auch in Yoga-Praktiken verwendet wird. Aber wir können die Express-Version verwenden. Legt euch bequem auf den Rücken. Beginnt nun mental von den Zehenspitzen bis zum Nacken durch alle Körperteile zu gehen. Stoppt an den Fingern. Entspannt euch. Nun weiter mit den Knöchel-Knie-Hüften. Spürt allmählich die Entspannung. Und bewegt euch dann zu den Nacken-Kiefer-Gesichtsmuskeln. Das könnt ihr auch in umgekehrter Reihenfolge machen. Achtet auf alle eure Muskeln und ein guter Schlaf wird nicht lange auf sich warten lassen. Teilt uns in den Kommentaren eure bewährten Möglichkeiten mit schnell einzuschlafen, wenn ihr überhaupt nicht einschlafen könnt.